Hoffe, dass wir hier unseren Spaß haben. Und ich hab auch meinen Spaß gerade. Piep. Hey, Chica. Hey, Foxy. Hey, Chica. Hey, Foxy. Oh, Foxy ist schon tot, okay. Let's eat, ja. Das einzige Vieh, was hier sterben wird, bist du. Okay, sehr, sehr vorsichtig reinmessern. Hier fehlt noch ein bisschen was. Oh, fuck, oh, fuck. Ja, gut, wir sollten vielleicht mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen besser auf alles klarkommen. Hurra. Na komm her, Chica. Ich hab keine Angst vor dir. Bonnie, hallo. Juhu. Foxy. Tada. Oh, das ging aber schnell. Wie schön sich das alles hier spiegelt. Die G3, okay, die Waffe ist scheiße. Tja, so schnell geht's. Beziehungsweise so schnell kann's gehen. Oh, Mann, jetzt sind hier, jetzt sind hier schon wieder die Zombies am Kommen. So, mal schauen, wie lange geht das hier noch? Ah. Okay. Okay, das tat weh. Das tut den Zombies weh. Da draußen gibt's irgendwo die P90 zu kaufen. In der großen, weiten Welt. In dem Raum hier gibt's die Kiste. Nice. Okay, hoffentlich halten wir ein bisschen durch. Den Strom schalte ich schon mal an. Vorsorglich. Fürsorglich schon fast eher. Musste immer auf dich achten auf der Map. Tja, so schnell kann's gehen. Und ihr seht schon, auf den ersten paar Runden ist hier echt schon die Hölle los. Was ich persönlich nicht so ganz verwehren kann. Oh mein Gott, nein, bitte lass mich in Ruhe. Dankeschön. Du bist ein Schatz. Ich will alles in einer Reihe haben, damit ich euch gut umlatzen kann. Dankeschön. Okay. Ah, nice. Gegen den Strom laufen ist sehr ungesund im Zombie-Mode. Das wissen wir ja alle. Boah. Ah, ihr seid Lappen. Ihr könnt doch gar nix. Außer ihr kommt in großer Saal und macht mich kalt. Ja. Genau das war's. Sterb. Stirb, meine ich. Entschuldigung. Hauptsache, die Dinger stehen da drüben rum. Genau. So muss das sein. So muss das wirklich sein. Genial. Einfach mal die Dinger aus Kino der Toten genommen. Aus der Umkleidekabine. Und einfach mal schnell hier reingepackt. So leicht kann man sich das machen. Alter, was für eine Glückssituation gerade. Okay, das ist schon mal schön. Können wir das überleben? Was meint ihr? Das ist jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Jetzt gerade in diesem Moment. Können wir das überleben? Oder nicht? Uah, jetzt kommt noch einer. Ja, jetzt ist echt irgendwie die letzte Hoffnung gerade verschwunden. Dass wir hier lange durchhalten. Nach dieser kleinen Aktion. So, dann kommt mal her, meine Jungs hier. Ja. Holt euch die Money. Jetzt kommen immer noch neue. Das gibt's doch gar nicht. Außer vielleicht jetzt bei Roller. Das doof ist, dass die meisten Zombies mittlerweile echt nur noch normale Zombies sind. Und dass diese Animatronics schon fast wie Anführer wirken. Von denen nur alle paar Runden jetzt irgendwie einer dazu kommt. Gut. P90 muss nachgeladen werden. Aber da sind Zombies. Die muss nachgeladen werden, habe ich gesagt. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, schon besser. Uah, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Guter Junge. Am besten noch mit E, um sich noch dran zu lehnen. Dann hat man eine Überlebenschance von 10%. Aber das ist immerhin schon mal besser als das, was man sonst hat. Sorry, out of order. Ich glaube, hier gibt's noch irgend so ein kleines Secret, was wir noch nicht ganz revealed haben. Moment. Ja, meine Sprache. Es gibt ein Secret, was wir noch nicht revealed haben. Ich meine, wie sich das anhört, Alter. Oh, ich wette, wenn ich mich selber später höre, dann muss ich über mich selber lachen. Und was ist jetzt hiermit? Spüren Sie's, Mr. Krabs? Spüren Sie's, Mr. Krabs? Nö, oder? Ah. Ey, dreimal. Ist irgendwie jetzt ein Pack of Punch-Raum offen geworden, oder so? Oh, man wünscht mir Glück, ey. Ganz ehrlich, die Map ist schwierig. Wir haben jetzt schon Runde 9. Und ich hab immer noch den Drang zu überleben. Ich freu mich vor allen Dingen gerade so richtig auf Postal 2 Paradise Lost. Und auf GTA 5, wenn's denn mal rauskommt. Boah, wenn uns zwei gleichzeitig festhalten. Einer geht ja noch, den können wir wegballern. Aber wenn zwei gleichzeitig kommen, dann haben wir die Arschkarte. So können wir hier durch. Nicht gut. Ey, wir können hier sogar einen kleinen Train machen. Das ist total leicht. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen bisher. Jo. Tot. Erster Tot. Ey, ohne Scheiß, versucht ihr mal auf der Map zu überleben. Ihr kriegt genauso einen, deine Waffel. Komm, 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 komm. Ja, halt mich fest. Tot. Ende. Tot. Ich bedanke mich für dieses Zuschauen bei der Fail-Aufnahme. Und haut rein. Tschüss. Tja, wer hätte das wohl gedacht, dass ich diese Map nochmal zocken werde? Niemand. Warum sind es eigentlich drei Freddys? Das ergibt gar keinen Sinn. Es gibt doch nur einen. Und es gibt Golden Freddy und es gibt Purple Freddy und... Ach, scheiße. Ich kenne die ganze Story schon nicht mehr. Nach dem zweiten Teil hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Muss ich ehrlich zugeben. Und da wurde mir die Story irgendwie ein bisschen zu umschlungen und zu schwierig. Und ich habe es aufgegeben. Es wird jetzt schwierig ohne Ende. Ich versuche es jetzt mit Headshots. Ein Versuch ist es wert. Na? Chica. Einmal lächeln. Tja, so schön kann es sein. Okay, keine Granate. Das ist schon mal schlecht. Bitte einmal sterben. Danke. Bitte dableiben. Danke. Freddy hält sich nicht dran. Trotzdem, das ist echt scheiße zum Nachladen. Wenn es so lange dauert. Bitte nachladen. Bitte nachladen. Ach, gerade noch so. Komm her. Ist die Runde jetzt endlich mal vorbei? Danke. Jetzt kann ich meine Punkte kassieren. Dankeschön. Das ging aber schnell. Uah. Kommt direkt der... Ich wusste es. Vom Herzen her wusste ich es. Da kommt direkt der Nächste. Wir können uns freischießen. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Und so groß ist das Feld jetzt nicht, mit dem man auf Zombies schießt. Nicht so wie sonst bei einer Sniper. Und... Hey, das ist richtig effektiv eigentlich gerade. Oh. Habe ich den am Fuß. Ich weiß nicht inwieweit, aber... Es ist sinnvoll. Uah. Nicht festhalten. Nicht festhalten. Bitte alles nur nicht festhalten. Sonst muss ich mit der Waffe hier laufen. Und das hasse ich. Geht das? Oder nicht? Hm? Ich meine jetzt gerade den Macher der Map. Kann ich mir jetzt eine andere Waffe holen? Geht das? Ja. Lustig. Wenn ich doch einen Krüppel draus machen könnte. Geht das? Nö. Festgesetzt. Na, das ist nicht gut, so viele Gips zu bekommen. Ich will nicht gleich im Koma liegen. Tja, toll. Wir können uns immer noch keine Speedcola kaufen. Gibt's denn hier in dem Raum nichts? Wie kann man die Map denn bitte hier freikaufen? Ich will das jetzt echt mal wissen. So, die mysteriöse Maschine haben wir gerade angeschmissen. Wie geht's jetzt weiter? Was gibt's denn noch so Schönes in der Kiste? Das will ich jetzt gerne mal wissen. Was ist das? Die Stoner? Ja, warum sagt mir das denn keiner? Hallo, es gibt die Stoner und mir sagt keiner, dass es die gibt. Hallo? Nö, da muss ich dann zwischen dem ersten und zweiten Part mal schauen, was noch so los ist. Wie lange haben wir noch? Alter, wir haben erst 15 Minuten aufgenommen und ich hab schon Angst um mein Leben. Okay. Jo, wenn man hier nicht überall hängen bleiben würde, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen leichter. Tja, und wie es aussieht, brauchen wir für die Maschine hier Seelen. Tada! Tja, so einfach, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Wir müssen anscheinend noch ein bisschen Runden laufen und Zombies sammeln. So, in der Nähe von der Maschine geht's los. So, weiter geht's. Wir müssen direkt fliehen. Es kann übel enden. Gut, 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 gut. Wir sind frei, wir sind frei. Was viel leichter wäre. Boah, das ist nochmal gut gelaufen. Ja, es dauert wohl noch ein bisschen länger, bis wir dieses Ding hier frei haben. Das sieht aber nicht gut aus. Boah, dran vorbei, dran vorbei. Jetzt mach doch, mach doch kein Tackling mit... Nein, das machst du jetzt nicht, du scheiß Zombie-Horde. Dass ihr das jetzt bringt. Jetzt belebt mich nicht wieder in dieser scheiß Masse, du verdammtes Spiel. Bitte lass keine von da kommen. Bitte. Gut ist. Wir gehen. Jugger, äh, Quatsch. Äh, Quick-Revive, genau. Das hat uns grad ein bisschen gefehlt. Gefehlt, gefehlt, gefehlt. Glück gehabt. Jo, nächster Tod. Jetzt geht weg. Tod. Runde 14. Das war's. Kein Bock mehr. Jo, tschüssi. Mua. Also, geh halt. Untertitelung des ZDF, 2020